Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Heute spielen wir endlich mal wieder The Walls. Freunde, aber eine kranke Map. Aber ich sag erst mal, wer dabei ist. Der liebe Kidma. Schwutz! Hallo! Ey, du hast meine Map angemalt. Denk dran, die ist noch nicht gestartet. So geil, Digga. Autismus. Nein. Und dabei ist auch der liebe Bullack. Ja, hast du einen Euro gefunden? Und der Odomantiquan. Kannst du in meine Garten? Ich zeige dir Hase. Okay, Freunde, ich zeige euch mal kurz die Map. Wir haben hier vier Abteile und das sind alles diese Feiertage. Ostern, Sommerferien, hier haben wir Halloween und da haben wir Weihnachten, Freunde. Und wir losen jetzt natürlich aus. Wir haben schon vorher ausgelost, wer der Ausloser ist. Und das ist Bullack, der hat Schnick-Schlag-Schnuck gewonnen. Ah, yeah. Und dann würde ich sagen, Bullack, ähm, Kidma, können Sie bitte nach links in Dings... Warte, Bruder, ich muss kurz die Qualle machen. Oh, du bist so ein Rabauke. Du Vandalist. Mann, du machst das alles voll hässlich. Warte, warte, warte. Guck mal, wie krass das aussieht. Okay, okay. Bullack, wir sagen einfach, er ist links drin. Weißt du, wie ich meine? Egal, wo er steht. Okay, dann würde ich sagen, Bullack, fang an. Du wählst jetzt für dich erstmal aus. Ja, wollte ich gerade sagen, Digga. Oh, er kriegt das sexy Abteil, Digga. Oh, shit. Okay, Bullack, such raus. Ja. Okay, warte, der fällt runter. Ja, Sommerferien. Du kriegst Sommerferien. Ja, Sommerferien, Digga. Was, wer ist das? Sommerschule, Digga. Wer ist denn Sommerferien? Okay, Achmed, ich krieg wieder Sommerferien. Ich krieg Sommerferien. Okay, okay, jetzt für Oduman, let's go. Endlich. Und dann bin ich ja natürlich automatisch auch ausgewählt. Ähm... Ja, das ist ja schlecht. Was ist das für ein kleiner Kacken? Sommerferien, Digga. Der macht einen Lootpot, wo der Ball nicht im Kreis fliegen kann. Äh. Jungs, äh... Bullack, Entschuldigung, hallo, das ist 134. Bullack! Okay, du kriegst Halloween. Okay, Freunde, dann würde ich sagen, krieg ich Winter und dann würden wir mich starten, oder? Seid ihr bereit? Ja, sind bereit. Waffen und Blady. Ready? Ja. Oh, du meinst du? Der guckt da oben noch. Ja, ich bin bewaffnet, man. Leute, Orangen essen ist sehr gefährlich. Ich höre, doch. Okay, seid ihr bereit? Let's go. Okay, dann würde ich sagen, legen wir los in 3, 2, 1, go. Okay, ich würde sagen... Herde, Fleisch schmeckt gut. Was? Ähm, ja. Wir haben, ich sag mal, wir haben so lange Zeit, bis unser Inventar voll ist mit den Waffen, die wir haben wollen, Freunde. Und dann machen wir die Mauer kaputt und hauen ihn auf Schnauzen. So, okay, wir haben jetzt hier so ein paar Waffen, die gefallen mir schon, aber ich bin nicht so der Fan von Biggies. Die sind nicht so geil. Warum? Bist du eher der Puck-Tipp? Ja, nee. Freunde, schreibt mal in die Kommentare, falls ihr es überhaupt kennt. Tupac oder Biggie. Also ich feier Biggie mehr. Wenn Biggie sagt... Was sagt Odoman? Biggie oder Puck? Odoman kann sowas nicht mal zählen. Deswegen, bitte, Bruder, wer ist diese 1, 3, 4 Puck, Digga? Wer ist diese... Boah, ein Jagdgewehr, Freunde. Ich kann mich nicht entscheiden. Schreibt mal jetzt in die Kommentare, was ihr nehmen würdet. Orang... Äh, Orangene. Die legendäre Sniper, die Heavy oder das Jagdgewehr Blau? Ich feier das Jagdgewehr einfach mehr. Bis alles zu tun, damit du einfach deinen Maul hältst. Zack! Danke. Ey, Jungs, kurze Zwischenfrage. Hallo. Zieht ihr auch bis jetzt noch Müll? Ähm, ja. Ich hab eigentlich ein gutes Equip, muss ich sagen. Direkt am Anfang, in dem ersten Haus gekostet. Die Sache ist, Digga, ich seh halt alle Waffen einfach so, weil die auf dem Boden liegen, über die ganzen Map. Hä? Ja, das ist ja extra, dann kannst du dir aussuchen, falls du schon volles Inventar hast. In den Kisten gibt es natürlich bessere Waffen, mein Lieber. Also, wenn du Glück hast. Boah, die ist besser, die ist besser. So. Ich bräuchte noch eine bessere SMG, dann wär ich ready. Ah. Absolut, mein Gut. Oh. Ja, ich hab richtig Glück, Freunde. Ich hab meinen ganzen Loot auf der ganzen Web eingesammelt. Echt? Ja. Okay. Hast du ein gutes Loadout oder bist du nicht zufrieden? Wollen wir nochmal... Ist okay, ist okay. Ja, ja. Wie sieht's bei den anderen aus? Pause, ich will den Map wechseln. Ey, ist das los? Was? Ey, warte doch! Was? Ihr habt die Wall kaputt gemacht. Wer hat die soo? Krach oben gemacht. Ich hab draufgeschlagen, Digga, ich wusste nicht, dass jemand runtergeht, wenn ich draufschlage. Was hat das drin auch immer drin gesagt? Ey, 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 ey. Ja, aber was... Egal, Achmed hat gestartet, das heißt, wir legen los, Digga. Okay, let's go, Digga. Let's go, Digga. So. Wer will zuerst so fressen? Wer ist bei Ostern? Ich, Bruder. Bruder, mach doch nicht so, ich kämpf schon gegen Kidnailf gerade. Okay, okay, dann... Digga, wie viel Leben haben wir eigentlich? Ich würd sagen, wir haben drei Leben. Okay. Dann mischen wir uns schon mal ein. Ähm, Kidnailf? Och, schade. Boah, schade. Ja, ich will dir nicht so in den Rücken fallen, deswegen schieß ich von der Seite. Weißt du, wie ich mein? Mach doch nicht so, Habibi. Ey. Oh, du siehst du... Ah, nein! Hallo. Warte mal, du darfst hier nicht hin, das ist Ostern und du bist der Osterhase. Du musst Geschenke ausliefern und Eier und so. Oh, du musst alle leben noch. Du musst noch alle leben. Aber wo ist... Er macht Dings auf Strandbar, Digga. Er denkt auch, er wäre Cocktail-Dealer. Ach nee, da oben ist er. Wer ist da oben? Oh, der ist da oben. Jungs, es ist drei gegen Eikers. Was sagt ihr? Hallo. Sagen Sie so... Ich suche Kraftausdrücke. Warum schießen Sie mich an? Ich dachte, wir wären Freunde. Nein, sind wir nicht mehr, Digga. Wir haben Kidnailf getötet. Okay. Bum, 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 Digga. Bum, bum, bum. Ich bin so blöd, Digga. Ich schieße nicht und wechsle meine Waffe dann. Warum? Hallo, hallo. Alle, wo ich snipen, sind klein und fett. Wir müssen jetzt aufpassen, dass wir nicht sterben. Das ist unser letztes Leben. Und dann auf zu snipen, weil es ist klein und fett. Ich bin stolz. Okay, ist das nur noch 1-on-1 oder was? Okay, Budak ist jetzt am Start, Freunde. Der liefert bessere Leistungen, als ich da gerade gemacht habe. Du rächtst mich. Du rächtst mich halt wirklich. Knall ihn ab, Digga. Knall ihn ab. Komm, Digga. Ich muss sagen, Budak ist ein richtiger Kämpfer, Digga. Der gibt niemals auf. Oder niemals. Aber erst mal kacken gehen wir rum. Jäger. André, du hast mir gerade zugeguckt. Ähm, nee, eigentlich nicht. Nein, der guckt mir aber zu, Budak. Guckt Budak zu. Hast du auch ein Auge gehabt unten? André. Das war mein Auge, Digga, damit du verlierst. André. Ja. Wo ist der? Wo ist der? Toilette. Komm nicht, ey. Ich bin jumsig sonst, ey. Oh, nee. Okay, Freunde. Da seht ihr auch Kalisto, der die Map gebaut hat. Grüße gehen raus. Und ich würde sagen, wir gehen in die zweite Runde. Let's go. So, wir haben uns alle unsere Spawnplatten geholt. Und jetzt holen wir uns die Waffen. Und dann würde ich sagen, gewinnen wir mal die Runde, ja. Weil das war ja eben peinlich. Das ist mein Video und ich sterbe als erstes. Aber ich musste natürlich auch wieder Tryhard Burak neben mir links haben, der mich ganz in den Headshot gibt. Oh, Digga. Ich dachte, ich habe mich irgendwo reingepackt. Auf einmal war hier so ein Jump Pad. Aber, Freunde, wie geil sieht die Map aus. Unnormal. Gerade diese Ostern. Guck mal, dieser Osterhase hier. Tschüss. Ja, bitte. Ich habe die heilige Skar gefunden, Digga. Oh boy, in Gold. Ey, hier gibt es nur Scheiße. Iced out. No Ottoman. Gibt es dir gut, Bruder? Er ist Krankenwagen rufen. Er ist doch nicht Krankenwagen rufen, ist gut. So, Kidmaj, Sie dürfen die Wall kaputt machen, wenn Sie möchten. Was? Nein. Er stand schon daneben, oder? Es war Burak. Ich dachte, ich habe den Sniper, ich schießt mit Punkern aus 100 Metern, Digga. Was ist los mit mir, Freunde? Aber ich muss dazu erwähnen, ich bin seit eineinhalb Wochen krank ein bisschen und will jetzt mitleid. Aha. Ja, ja. Äh. Digga. Hallo? Warum springst du mir in den Schuss rein, André? Dürfen Sie bitte nicht mich so peinlich machen, weil... Jungs, ich habe nur noch ein Leben. Ha? Und wieder? Ja. Warum? Weil Kidmaj einfach auf einmal Hawkeye geworden ist, Digga. Ich laufe hier nur rum und versuche nicht zu sterben und er trifft mich zweimal mit in den ersten Mal. Kidmaj, so ein rennloser 31er Fettsack. Ähm, ja gut. Noch was? Ähm, Schweinebacke. Hallo, hallo. Wer, wer campt da in seiner, in seiner Beachbar rum? Da oben drin, ne? Budak. Budak. Save Budak. Budak, ich bin Lowlife, was soll ich machen? Sobald Budak dings, Lowlife ist Freunde oder nur ein Leben hat, er macht richtig Camper-Style. Ja, Digga, meine Rache, Digga. Hab ich schon zwei, Budak. Willst du auch eins? Ne, ich hole jetzt Budak. André, du kleiner ehrenloses 31er Fettsack. André, absolute Ehre, Mann. Ich küsse deine Augen, Hanni. Sniper sind schmutzig, so fett. Hä, ich hab nicht gesnipert, also bin ich auch nicht fett, haha. Oh shit, wir sind auf Odomans Territorium, Digga. Ich auch. Ein Leben. Ja, ich auch, ich hab auch nur noch ein Leben. Ich hab Budak. Hallo. Eigentlich müssen wir uns verbünden, André, weil wir sind Ein-Leben-Schwur. Ein-Leben-Gang, Digga. Okay. Okay, Freunde, einmal Hashtag Ein-Leben-Gang in die Kommentare und Odoman und ich machen jetzt Team. Und dann sind wir hoffentlich im Finale. Bis gibt's gut, ich bin auch ein Leben. Ein-Leben-Gang, Digga, alle gegen Budak. Ah, hey, ich hab auch nur noch ein Leben. Ja, du lügst, Digga, Sabes. Ja, ja, ich komm, ich komm. Ab Budak. Ja, ich hab auch nur noch ein Leben. Oh. Lecker, Digga, Schlecker. Digga, Schlecker. Hallo, was teamt ihr? Wir haben alle nur ein Leben. Ein Budak hat Safe noch zwei Leben, oder? Nein, hat er nicht. Er hat nur noch ein Leben? Hallo. Und er hat da einen Headshot über drei Kilometer kassiert? Ich geh irgendwo hin und kassier irgendwo Shorts, jedes Mal. Digga, der war eklig, eklig, André, den du kostet das. Ey, okay, aber ich leb noch. Ich leb noch. Ja, mach ihn weg. Für alle ihre Taten, die sie mir angetan haben. Warum tebt ihr? Hab ich nicht. Du hast mich angeschossen gegen den Kopf. Wir ignorieren uns einfach nur. Wir sehen uns nicht. Ja, wir sind blind. Thomas, ich schwör, ich war nicht mehr von dir. Ach so. Das ist eigentlich fast, wie ich komm. Weil er sich verliert. Okay, Wut, mal komm schnell zu mir. Komm schnell zu mir, Team. Okay, ich glaub, Budak lebt nur noch, Digga. Budak ist da hinten irgendwo. Ja, ich bin nicht erwähnt, du Vollidiot. Digga. Leute, Teamen ist traurig. Haben wir nicht. Ich hab mich verarscht. Traurig in die Kommentare. Warte mal, warte mal. Hast du jetzt gewonnen, nur weil du mich verarscht hast, André? Ich glaub schon. Ja, du bist halt ein Opfer. Wenn du tierst, du bist halt gesnitscht. Komm klar, Digga, so ist das Leben. Okay, Freund. Das ist schon dreckig, Bruder, Digga. Da muss man mit allem rechnen. Ach, komm. Das war alles geplant, Digga. Seit Anfang an. Freunde, wenn's euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Checkt die Jungs, die in der Beschreibung haben. Gebt meinen Creator-Code ein. Checkt auch mein Bauteam links unten ein. Und ich würd sagen, wir sehen uns morgen. Ciao.